Hallo liebe Freunde! Zu einer neuen Runde! Alles neu, alles glänzt! Alles neu, mach doch mal eh! Oh, da ist ein Panzer! Oh, oh, oh! Schön! Ja, der Kollege ist auch wieder am Start. Wie man oben rechts lesen konnte. Was machst du denn? Ich würde sagen, ich habe den Panzer verloren. Aber nein, das ist mit niemandem. Ach, du auch? Naja. Ja, schon länger. Naja. Ich war auch noch nicht ganz so weit. Ich auch nicht. So. Hallo! 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 Ja. Wie gelacht? Mit C, da ist doch was. Ich habe den Panzer hinter uns. Achso. Ach, hinter uns? Ja. So, aber jetzt zeigen wir auch mal hier, was wir ja, öö... Was wir gelernt haben. Ah ja, es ist ähnlich. Das ist der rote Faden hier. Auf zu E. Da oben. Ist schon. Ah, schade. Die Entgierung. Kein Problem, folge einfach mir. Ich hab keine Ahnung. Ich komme hin. Ich komme hin, ich bleibe vor. Ruhe. Ja? Ich fahre ja vom Zaun. Ah, schade. Ach so, jetzt werde ich, Mist, ich habe keine Granate. Ich habe nur so eine blöde Fackel. Ah, Mist, ey. Ich habe ihn fast gesehen. Oh, Multikill. Ich bin so geil. Man down, das sind wir. Ah ja, sind wir. Oh, das war wirklich so gut gerade. Ich freue mich, dass es nicht läuft. Definitiv. Ah, bis hinter mir. Oh, wo ist los? Ja, ich bin so, ich freue mich. Rechts. Ja, das wurde erst mal ein bisschen dauernd. Ah, ist nicht zu viel. Ah, gut. War der weit weg? Nein, der war fast nah dran. Ich bin so, ich glaube, gerade rechts. Ja, dahin gucke ich ja gerade. Oh! Oh, ich glaube, ich habe ihn. Super. Super, du bist ein guter. Biss ein guter. Oh, nein! Ich bin tot. Tot! Fupuda hat mich erledigt. Fupuda. Natürlich, natürlich. Oh, hinter uns wird aber noch scharf geschossen. Komm, nochmal zurück, zurück, zurück. Zurück zu C. Wieder zurückgelaufen, wie ich es dir auch befohlen hatte. Oh! Ich habe gesagt zurück. Haha, hättest du mal auf mein Befehl gehört, mein Freund. Dann könntest du jetzt noch... Oh, da ist ein Panzer, Panzer, Panzer. ah 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 du kennst mich mal das war jetzt gerade sehr spontan aber bin noch überraschend was denn Ich wurde von Valhalla erschossen, das ist unser eigener. Hol ihn dir. Der Sniper, der hat mich jetzt auf mich... Das war Valhalla hier gerade, der war vielleicht doch ein Versehen. Was ist denn los? Die sind auf den Dächern oben. Oh, starker Typ. Ich hab's glaub ich auch nicht getroffen. Was ist denn hier los? Dann kommen die ja gleich hier lang, dann kommen die doch gleich hier lang. Von Weg auf ein Panzer. Was? Oh, da. Ich bin tot. Nee. Barakuda. Der war aber nicht in dem Panzer. Nein, an den Panzern. Ach so. Das war jetzt dein Fehler, ne? Ja, müssen wir da jetzt nicht weiter erörtern. Ich hab's schon mal so gerne da, aber... Oh, links läuft... Ach nee, da läuft ja das. Panzer. L.A.B. Ja, ja. Nee, ich wurde vom Sniper heute. Was du immer machst, was du immer machst, das würde ich gerne mal wissen. Uh, uh, Sniper. Ja, aber merkst du den Unterschied? Uh, links und rechts fallen die von mir nur so hin. Der räumt richtig auf, der Sniper. Der räumt richtig auf. Oh ja, da, da, da. Mist, ich treff hier nichts mehr heute. Ich sag doch gar nichts. Ich hab, ich hab... Es ist lustig, dass du gerade erzählst, das ist lustig. Dass du gerade erzählst, wie ich so viel erzähle. Alter. Irgendwo... Oh, das ist fies, das ist fies. Ey, ich glaub ich hab nen Bug. Ah nee, doch nicht. Wollte grad sagen. Ich kann keinen töten. Voyager, die Voyager. Aha. Mache, mache... Mache, mache. Mache, mache. Mache, mache... Ich treffe ja nichts heute. Ich bin im Treffnix-Clan. Währenddessen laufen meine eigenen immer durch den Kugelhagel. Eieiei. Einfach mal nach vorn. Oh, da oben. Ja, Fallschirm. Was, scheinbar unter uns? Ich treffe ja nichts heute. Ich komme halt zu dir. Vorsicht, hier ist Panzer und irgendwelche Fütze. Das Rennen hier auch. Oh, hier ist einer. Falsch im Unterricht kommen gerade. Oh Mist. Hast du ihn? Sichtungsbonus. Ja, irgendwer hat ihn. Irgendwer hat ihn. Was denn? Was denn? Oh, wo kam das her? L.A.V. ist A3C. Die ist so hoch. Was ist denn hier los? Oh, da war was. Eine unsere. Unsere. Was ist denn hier los? Oh. Was ist denn hier los? Oh, ich habe es doch kommen sehen. Ich habe es doch kommen sehen. Mega, Leute. Oh, 7. Oh, 7. F. Es geht irgendwas ab. Und hier geht es. Ich auch. Ich komme hinterher. Ich sehe es. Oh, da ist hinten. Da ist ein Panzer. Oh, 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 oh. L.A.V. Oh, hier hinten. Hapi. Mega-goll-on-da-misch gerade. Oh, da links. Hapten, Hapten, Hapten. Oh, ich bin. Ich bin. Ich war. Ich bin tot. Muss reichen. Muss reichen. Oh, ja, stimmt. Ich komme von F. Ja, ja, der läuft. Wo bin ich denn? Ah, nee, da muss er doch auf der Seite ziehen. Scheiße. Auf welcher Seite bin ich denn? Äh, ah, nee, andere. Was ist das? Wir sehen, wir sehen. Ich habe gerade gar keine Orientierung. Acht doch jetzt. Einen habe ich. Es sind zwei. Einer rennt. Einer nimmt ein. Nee. Ich komme jetzt auf dich zugelaufen. Ah, da ist einer. Ja, ja, er hat ihn. Ah, Mist. Ich habe ihn nicht. Ja, der hat sich ja auch versteckt. Warte, der ist ja noch hinter dem Hügel. Du läufst drauf zu. Du läufst drauf zu. Okay. Vor mir. Er muss hinter dem Hügel sein. Also, ich sehe ihn nicht. Aber du läufst drauf zu. Oh, fuck. Zwei. Einen habe ich. Warte, ich komme. Ich komme von links. Hey, der hat mich. Letztes Mal. Einen hatte ich noch. Aber einen. Oh, Mist. Mist. Was war jetzt passiert? Mist. Hier ist ein LRV. Ich bin tot. Ne, dem Panzer. Ich staune mich mit der Basis. Weil er wird doch noch ein paar Wettbewerb. Ah, das war älter. Das hätte klappen können, eben. Aber das finde ich wieder ein bisschen ätzend. Muss ich sagen. Alter, hier ist ein LRV. Direkt oder Basis? H-Bien am Turm bei F. Was ist denn das? Ah, fahr mich nicht um, mein Freund. Mein Freund, fahr mich. Na gut, deine Aufrufung von Basewapen ist ja ein bisschen... Na, ohne Scheiß. Der hat mich gerade gesagt, okay, das war jetzt ein LRV, dass der Oberflügel ist. Direkt bei uns in der Basis stand und rausgefahren. Das geht aber. Das darf man. Ja, deswegen ist der Panzer sofort hinterher und hat ihn geknackt. Siehst du jemanden? Ich renne jetzt mal zu EO. Das haben die EO. Nein, nein, nein. Ja, dann kann man ja kurz wetten, dass hier gleich was hochkommt von EO. Uh, das ist Panzer. Ja, wer ist auf ihn? Oben sind sie auf dem Dach. Oh, hat er einen Trupp, aber geil. Oh, ich hab noch einen. Geil. Du, das war ewig weit. Kopftreffer, 330. Nein, C sind sie alle. C, 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 okay. Ah, voll. Schön. Oh, rechts. Da unten. Oh, da lag da echt einer. Krass. Runterm, ne, ist schon weg. Oh, von hinten, hinter mir, hinter mir. Ich bin tot. Hinter mir. Du weißt ja wieder nicht, wo ich war. Hinter uns, hinter uns, ist immer noch was. Hinter uns. Ja, ja, bei E. Geh mal weg. Ne, das ist meine Leiche. Scheiße. Scheiße, entschuldige. Uuuuut. Scheint wieder ruhig zu sein. Scheiße. Ich flinke auch fast auf jeder Seite 30 Leute. Oh ja. Die Zorbe hat sich so langsam gefühlt. Da oben auch diese mega harten Gefühle. Ja. Ja. Da kommt der. Genau. Na ja. Die Zorbe. Oh, da kommt der. Happi. 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 Ich brauche deine Munition, wenn ich sage Happi. Ja. Da oben, in den Hubschrauber schießt ich gerade. Ich wollte mal so einen Lucky Punch erreichen, aber das war mir nicht vergönnt. Oh, da hinten. Geil, ich sehe nicht mal was richtig. Aber ein Kill ist ein Kill. Oh, da ist er wieder. Schon noch einer. Linken, hier hast du ihn, ja? Super. Hast du gut gemacht. Natürlich. Mit C. Oh, da oben auch. Ich werde beschissen. Von oben, oben. Na ja, oben. Auf der anderen Seite über D. They got me pinned down, yeah. No. Oh, Piff, Piff. So. Bei C, aber ganz gut, guck mal, ist so schlecht. D. Die. Die. Die Hubschrauber wieder zutriften. Oh nein, nachladen. Oh nein. Feuerschutz-Liefe. Hass ich sowas. Ich will einen eigenen Kill. Keine... keine Trostpunkte. Was denn? Gibt's nicht. Boah, ist doch irre. Ich treffe hier einfach ins Schwarze. Ich sehe einen kleinen Punkt und BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Und wo ist das? Ich glaube, du siehst mich gerade. Oh, hier, bei C ist irgendwas. Okay, ich bin wieder zurück. Ich habe keine Emotionen. Das ist doch irgendwie, oder? Oh Gott. So. Ich bin ja jetzt viel weiter zurück. Das kann ja nicht sein. Oh! Der war doch unten bei C. Den habe ich nicht gesehen. Hab ihn! Ich hab ihn. Genau! Genau. Jetzt kommt das ja blöd aus. Bäm! Ich will nicht mehr an die Magen! Oh, oh, oh. Oh, F. Wir haben F verloren. Und E. Hin da. Zugriff, Zugriff. Priorität, Priorität. Oh, was war das? Oh, da war das fast von einem Schrauber als Schlagenbohr. Der kam von oben. Oh, da sehe ich doch. Oh, da ist hier die Kanone. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition. Ziemlich ausgelacht gerade. Nein, du mal. Ach, was? Nee, ist eigentlich noch nicht möglich. Ach so, ich bin beschossen von links. Oh, 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 oh. Äh, weg, weg, weg. Ich spiegel. Was ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Sniper. Ich bin ein Sniper. Ein Sniper. Ein Sniper, muss ich sagen. Oh, oh, Schade. Oh, fuck. Hier ist einer. Ich habe nur nichts. Nein, nein. vorne an meiner Nase runtergekommen. Hab ihn, hab ihn. Oh, ich bin so ein toller Typ. Ich bin so ein toller Typ. Und nur mit der Pistole, weil ich nichts anderes mehr habe. Ja, ganz toll. Ja, ne? Teuer, ne? Warte, hier, noch eine. Da, hier, da. Oh, ich hab nur noch eine Pistole. Weil du nicht aufpasst. Ja. Gib mir eine Mention, sag ich. Wo, 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 wo? Ich bin genau. Ich bin genau. Ich wurde erlöst. Ich bin genau. Ich bin genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017